Manchmal wünscht man sich die Zeit zurück, nur um zu realisieren, dass man die Rolle von damals heute so verdammt mies spielen würde Echt starkes Drehbuch, aber ganz schwacher Karsten Scheiß mal auf alles, was mit uns bis hierhin geschah Ich skippe das Intro direkt zum entscheidenden Part Die Synchro ist wack, die Auflösung gestochen scharf Ich seh klar, ich seh schwarz